Ja komm, hudlein, 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 er ist da unten, er ist da unten. Hey little buddy, ihr bekommt es in einer weiteren Runde von Fortnite. Im Spiel wird ja bald die Tanzgranate hinzugefügt und um die Tanzgranate jetzt schon so ein bisschen zu feiern, werden wir heute die Dance-Folge machen. Und in der Tanzfolge wird das so sein, dass ich nach jedem Kill einfach mal ein bisschen dancen muss. Einfach mal ein bisschen dancen, nach jedem Kill, egal ob ein Gegner neben mir steht oder nicht. Ich dachte jetzt, ich mache einen richtig coolen Move und schalte richtig viele Tanzmoves frei, in denen ich mir den Battle Pass kaufe. Aber dann ist mir aufgefallen, dass man den Tanzmove erst sehr, sehr spät kriegt. Und zwar mit Level 28 und mir gerade erst Level 9. Eine neue Spitzhacke. Uh, okay, ist doch nicht so schlecht. Okay, das wird super. Nach jedem Kill einfach tanzen. Ich mache einfach richtig viele Kill, sonst tanze ich die ganze Zeit. Nach jedem Kill, es wird richtig gut. Wird richtig gut. Ich fliege nach, zu mei zu zauern. Oh, ist der Nackel. Ich habe übrigens nur gestorben, weil der Gegner mir einen Lucky Headshot gegeben hat. Nicht, weil ich mich vielleicht getroffen habe. Wegen den Lucky Headshot. Deswegen. Nur deswegen bin ich gestorben. Hi. Brennst du hin? Brennst du hin? Au. Hi. Was macht der? Yes! Es gibt jetzt kleine Schildtränke. Die heilen aber nur hoch bis 50 Schild. Deswegen sollte man die zuerst trinken und dann die größeren Tränke trinken. Nein. Hä? Monsterleck gerade. Ah, das ist keine Waffe. Schade! Also ich wüsste nicht, wie ich mit 3 Schuss... Da müsste ich echt Headshot, 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 um irgendwie eine Chance... Ne, nicht mal das Kill. Ich glaube, es macht ja 12 Schaden, Headshot macht 24. Das würde ja nicht mehr reichen. Au. 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 Moment, ich muss kurz hochheilen. Obwohl du was machst, teile ich mich kurz hoch. Okay? Hast du kurz eine Sekunde? Ja, du bist genau hier vorne, vor mir. Ist cool. Aber hast du nicht kurz eine Minute? Ich weiß, dass das ein dummer Move war. Aber hätte das geklappt, hätte ich das halt ein bisschen gefeiert. Ein kleines bisschen hätte ich das gefeiert. Wird gut in die nächste Runde. Wird sehr gut. Ah, shit. War eigentlich smart. Was? Scheiße, dumm! Ich habe meine Mausumfindlichkeit von 12 auf 11 runtergestellt. Und dann habe ich sie nochmal auf 10 runtergestellt. Weil aktuell, ich verfiel so viele Schüsse. Ich will ein bisschen mehr Kontrolle haben. Und ich stelle die jetzt aktuell immer weiter runter. Ist es vielleicht dumm, das während einer Aufnahme zu machen? Kein Aber. Kein Aber. Es ist dumm, das während einer Aufnahme zu machen. Dummer to town. Klappt das? Hallo? Hast du einen Moment Zeit, um mit mir über Gott zu reden? Und ich weiß wirklich nicht, was mit meinem Aiming los ist. Eigentlich bin ich okay. Ich habe echt schon ein paar Mal gewonnen. Aber es zählt nicht als Ausrede, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Aktuell trifle ich einfach nichts. Überhaupt nichts. Einer ist auf dem Dach. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Er sieht ja überhaupt nichts. Okay, der ist blind. Er ist halt original da, wo ich gestartet bin. 1 zu 1 da, wo ich gestartet bin. Sehr cool. Okay, einer hat auf den Drop geschossen. Einer schießt auf den Drop. Warum auch immer. Das heißt, das ist ein Easy Snack, wenn ich nicht alle Schüsse fau. Ist hier gleich unterhalb irgendwo ein Easy Snack. Wenn ich nicht alle Schüsse fau. Der ist noch... Ach, er hat sich da eine Festung gebaut. Okay, never mind. Doch kein Easy Snack. Also es ist echt noch ein weiter Weg. Und bis eine Granate der trifft, muss ich echt noch einen Kilometer laufen. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, der jetzt hinzurennen. Ich mache es trotzdem, klar. Aber halt, weil ich ein Idiot bin. Aber es macht keinen Sinn. Das weiß ich. Ich weiß, es ist der Move, der gerade von mir ausgeführt wird, sehr, sehr dumm ist. Oh, er ist beschäftigt. So dumm ist er jetzt gar nicht mehr. Holy shit! Der war ja richtig low. Ich glaube, die Granate hat gelittet. Also die war gar nicht so dumm. Ja gut, soll ich mich... Es ist ja schon in der Zone, also... Ah, ich habe vergessen zu schanzen. Niemals vergessen zu schanzen. Ist das Wichtigste. Scheiße, ich habe es vergessen. Ah! Ja gut, ich renne jetzt aber nicht nochmal auf die andere Seite, oder? Ich bin auch kein Affe. Ich bin auch kein Affe, der einmal durch die gesamte Map... Ich habe aber so viele Ressourcen, merke ich gerade. Also, ich meine, da waren zwei Gegner. Der eine hat gerade einen Kampf geholt und ich habe abgestoppt mit den Granaten. Ich muss zum Drop eigentlich, ne? Okay, ist da vorne einer? Ne, ich kann links geholt werden vom Wald, das ist doof. Aber hier rumcampen ist halt noch dümmer. Ich nehme eine Rauchgranate. Nein, 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 nein. Ich nehme eine Rauchgranate mit. Just in case. Habe ich den Gegner gesehen, oder was? Ein Busch. Okay, war ein Busch. Okay, wir haben eine Rauchgranate. Für Justin. Okay, das wird eine Top-10-Runde wahrscheinlich. 14 Leute leben noch. Besser wird es heute nicht. Besser wird es heute nicht. Aber kein gutes Aiming. Der Links war ein Schuss. Aber wo? Oder was ist eine Kiste, die aufgegangen ist? Komm ich hier hoch? Ne, ne? Aber jetzt ein Sniper von vorne. Dwarb. Genau, über mir. Shit. Aber ich irgendeine Dwarb. Ich kann mich jetzt auch im Gebüsch verstecken und einfach absnipen. Was kommt? Ich irgendeine Dwarb. Soll ich die goldene Truhe mitnehmen? Ah! Es ist so auffällig. Ich muss, ich muss, ich muss. Baller, baller, baller. So, zwei Sniper waren jetzt weg. Nicht mal einen Headshot. Headshot und einen Sniper überlebe ich nicht. Davon läuft einer. Headshot! Wow. Puh. Oh. Ich muss jetzt zweimal tanzen. I know. I know. I know. Ich muss zweimal tanzen. Alter, das ist intensiv gerade. Ich muss noch mal tanzen. Davon liegt halt noch einer nicht gesniped. Also das passt schon. Das passt schon. So die Frage, was der Boy getroppt hat. Nichts. Nichts. Munition und so. Wovon läuft einer. Was jetzt? Nein, 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 nein. Bauen wir mal. Bauen wir mal. So. Yes. Verdammt bin ich low. Verbände sollte ich auch mitnehmen, ne? God damn it. Fünf Kills. Ich habe wieder vergessen zu tanzen. Ich tanze gleich, Leute. Hochhallen ist jetzt erstmal wichtiger. Alter. Auch mit schlechten... Ach, ich habe auch diese Tränke liegen lassen. Auch mit schlechten Aiming geht da was. Jetzt tanzen. Ah. Oh Gott. Ah, es geht nicht wegen der Drop. Okay, Moment. Jetzt haben wir einen Rocket Launcher. Ja, ist... Ist cool. Ist ein Schild. Weil ich mit Glück einfach irgendwo hin... Ballern im Granatwäffer. Oder Raketenwäffer. Der muss doch irgendwas sitzen. Ich habe aber nicht so viel Schuss. Ich denke aber, im Gebäude könnte jemand sein. Auf dem Lügel ist keiner. Okay. Vier Leute leben noch. In Aufnahmen gewinne ich nicht. Schon mal jetzt ein Spoiler. Ich werde bestenfalls Zweiter werden. Ach, das ist so richtig dumm. Ich muss richtig weit cykeln, ey. Und ich weiß, dass die in den Städten sind. Ich kann kein Shotgun-Duell. Das habt ihr jetzt bestimmt schon gesehen, wie ich mit den Shotguns kämpfe halt. Schlecht. Und mit jedem Schuss will ich auch einen Raketen-Schuss, ne? Ne, okay. Ich habe fünf... Er hat einen dann Drop geöffnet. Und wurde nicht gekillt. Er hat in der Stadt einen Drop geöffnet. Und wurde nicht gekillt. How? Wir haben wohl echt einfach nur Camper am Start. Oh, oh, Moment. Oh, scheiße, 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 scheiße. WTF. Ich habe festgesetzt. Ich habe deswegen Ultra-Zone-Schaden gefressen. Ich habe richtig wenig Leben. So richtig dumm. Ich dachte, ich kann so richtig cool runter. Das ist das Gegenteil von coolen. Hier sind jetzt so viele Leute. Fuck. Ich hasse Stadtkämpfe. Von da oben wurde ich zerstört. Okay. Fliegt ihr soweit? Bitte, 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 bitte. Ihr fliegt nicht soweit. Doch. Ansatzweise. Ja, crap. Ich gehe auf keinen Fall zu den Drops. Das wäre ja mega dumm. Ich muss aber das da vorne nehmen. Da sind Haltzeugen. Man. Ich hasse Stadtkämpfe. Aber es ist jetzt hoch. Ich move jetzt einfach. Haltzeug, Haltzeug, Halt. Kein Haltzeug. Komme ich hier rum? Ich komme ja nicht rum. Er muss aber auch runtergegangen sein. Da vorne baust sich einer jetzt halt zusammen. Er bricht nicht wenig Leben. Wobei, ich habe neue Raketenwerfer und so. Ich werde nicht da mal nach. Ja, komm. Null ein. Null ein. Null ein. Er ist da unten. Er ist da unten. Er ist da unten. Wir haben gewonnen. Ja, Mann. Das war ja wohl die kleinste Zone überhaupt. Hatte ich ein Glück, dass die miteinander beschäftigt waren. Ich habe das erste Mal in einer Aufnahme gewonnen. Yes. Das war einfach eine Runde. Das war eine Runde. Wie viele Kills hatten wir? Fünf, ne? Ist okay. Wir haben gewonnen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Denkt immer dran. Wer den Gegner tötschelt. Erstmal ein bisschen tanzen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Minuten bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020